Ja hallo, hier ist mal wieder eine Demo in Marburg in der Bahnhofstraße. Ja hallo, hier ist mal wieder eine Demo in Marburg in der Bahnhofstraße. Ja hallo, hier ist mal wieder eine Demo in Marburg. Ja hallo, hier ist mal wieder eine Demo in Marburg. Ja hallo, hier ist mal wieder eine Demo in Marburg. Ja hallo, hier ist mal wieder eine Demo in Marburg. Ja hallo, hier ist mal wieder eine Demo. So und sage bis zum nächsten Mal. Zum Wochenende ist bei uns Elisabethmarkt mit viel Programm, aber das werde ich dann auch noch hochladen und sage bis dahin. Ja, hier nochmal ein kurzer Ausschnitt zur Demo. Ja, ein hohes Polizeiaufgebot. Und wie ihr in dem Video vernehmen könnt, auch viele Polizisten zu Fuß und vielleicht auch im Zivil, wer weiß. So, bis zum nächsten Mal und sage bis zum Elisabethmarkt.